Dass man hier halt in Gesellschaft ist, mit Gleichgesinnten, das finde ich halt sehr schön. Dass man sich austauschen kann, Menschen, die in derselben Situation sind. Man kommt ins Gespräch, man redet und man findet auch neue Kontakte. Dass ich halt die Möglichkeit habe, das Ganze in Talzeitgruppe zu machen und ich einen ganz entspannten Tag habe, mein Kind zur Kita bringen kann und auch dann nicht abgehetzt hierher komme, sondern mich dann voll und ganz auf das Lernen konzentrieren kann. Man braucht einfach keine Vorkenntnisse, weil es wird wirklich von Anfang an alles ganz genau erklärt. Man muss halt einfach nur offen dafür sein. Das ist das, was halt wirklich ist. Und das Tempo kannst du ja auch selber bestimmen. Ja, das kannst du selber bestimmen. Wenn du es nicht verstanden hast, machst du es nochmal. Egal. Man muss mit einer offenen Einstellung herangehen und bereit sein für Neues. Man sollte Mut haben und man soll an sich glauben, denn man kann mehr, als man denkt. Wenn man dann halt damit an auch weiterkommt, ist doch perfekt. Ja. Ist man dann auch irgendwie stolz.